Guten Morgen, guten Morgen ihr Hübschen und Willkommen zum 24.02. Wir haben heute Portal-Tag, wir kommen jetzt in die Löwe-Mond-Energie, haben wir heute und morgen. Ihr wisst, die Löwe-Energie steht auch immer für Transformation, für Wandel, deshalb immer zu den Löwe-Monden. Die Energiearbeit von mir habt ihr in der Infobox, dort habe ich sie für Dreierkonstellationen und Seelenpartnerschaften gemacht. Und deshalb werde ich heute und morgen im Tagesimpuls die Energiearbeit für die Veränderungen im beruflichen, finanziellen Bereich machen. Ja, weil ihr zieht ja zeitgleich morgen dann, geht es ja darum, ihr zieht in die Fische ein neues Kapitel in eurem Leben zu Beginn. Ja, Venus in Fische habt ihr auch in der Infobox. Und für die einen ist das der partnerschaftliche Bereich, für den anderen ist es der berufliche, finanzielle Bereich. Ja, weil Mars zieht dann ja nächste Woche in den Zwilling und die Fische stehen ja nicht nur für die Spiegelungen, für aus der Oberflächlichkeit raus und in die Tiefe, sondern auch für die finanziellen Flüsse. Deswegen denke ich, ist das jetzt angebracht. Gut, was könnt ihr uns denn dann für den heutigen Tag, für den 24.2., für den Portaltag als Impuls mitgeben? Rückseite. Ups, einen Moment. So, da bin ich wieder. Rückseite des Kartendecks. Basis des Tages, ne? Wurzel des Tages. Der König der Stäbe. Energetisch auf euch zukommend. Handlungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Willensstärke. Das ist alles Feuer, ne? Das ist wie Geld schon wieder, oder? Alles Feuer. Ritter der Schäbe. Und Ast der Münzen. Guck. Neue Chancen, ne? Neue Chancen, wo es drum geht. Willensstärke, Durchsetzungsvermögen, ja, auf welchen Ebenen auch immer. Da habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass ich euch das für den partnerschaftlichen Bereich, für die Dreierkonstellation, hatte ich euch die Energiearbeit ja schon in die Infobox gestellt, ja? Und jetzt geht es hier nochmal um die finanziellen Möglichkeiten, ja, das ist das, was ich euch zu Beginn schon gesagt habe, ne? Die, die, für die finanziellen Möglichkeiten und Chancen, ja, wenn man dort an Kraft, an Leidenschaft investiert, ja, seiner Leidenschaft zu folgen, ne? Wofür kannst du dich begeistern, ja, was, wo, achtet einfach mal drauf, wo bei euch heute sowas wie ein Funke, ne, wie ein Funke geweckt wird, ja, wo ihr, wo euer Interesse, wo eure Aufmerksamkeit hingehen möchte, was euch interessiert, wo ihr tiefer einsteigen wollt. Weil wenn ihr eure Energie dort rein investiert, dann eröffnen sich euch Möglichkeiten, ja, Möglichkeiten, Chancen, da gehen, ja, jetzt singen sie wieder magisch, magisch, ja, wie von, wie von Zauberhand, ja, öffnen sich da neue Türen, ne? So, die Auf-Einmal-Ideen, ja, achtet einfach mal drauf, was da heute euer Weg kreuzt, wo ihr Lusten habt, tiefer einzusteigen, ja, was das für eine Thematik ist. Spannend, 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 spannend. Ja, und dann, ne, hier schaut, das ist wieder die Thematik, die wir die letzten Wochen immer hatten, ne, dann geht es darum, sich nicht direkt wieder im Mangel zu halten, ne? So nach dem Motto, ach, das wird ja eh nichts oder klappt sowieso nicht oder wisst ihr, ne, haben wir in der letzten Zeit oft genug drüber gesprochen. Ja, ja, guckt mal, weil ihr könntet tatsächlich mit dieser Idee, ja, das ist auch das, was wir vorher schon gesagt haben, ne, mit dieser Idee, mit diesen Funken, mit dieser Thematik, die euch da heute, ähm, oder auch morgen meinetwegen, wir haben zwei Tage Löwemond, ja, mit dieser Idee, die euch begeistert oder wo ihr Lust habt, äh, unter die Oberfläche zu gehen, also sprich, ähm, gerade eure Zeit mit zu verbringen, könntet ihr tatsächlich, wenn ihr euch das nicht von vornherein negativ ausmalt, ähm, hier schaut mal, einen finanziellen Familienflug auflösen, ja? Ja, euch wird sozusagen die Chance gegeben, aber wie immer im Leben, ne, ist das dann wieder, ähm, der freie Wille, ne? Ja, durchgehen müsst ihr selbst, ja, gucke, euer Karrieremindset kann jetzt aktiviert werden, wenn ihr diesen Funken folgt, dieser Leidenschaft folgt, ja, und es nicht, ähm, von vornherein negativ aus, euch ausmalt, ja? Mehr kann ich euch dazu nicht mitgeben, da ist jetzt wieder jeder in seiner Selbstbestimmtheit, ne, aber das ergibt schon wieder so viel Sinn, warum wir uns das dann in letzter Zeit immer wieder, ne, über selbsterfüllende Prophezeiungen gesprochen haben, über Herr der Gedanken werden, ne, über ist mein Glas halb leer oder halb voll, ne, das ist, ja, tada, jetzt wissen wir warum, ne? Na, könnt ihr euch, wartet, ich versuche alle drei ins Bild zu kriegen, könnt ihr euch einen Screenshot von machen, so, ne, so sind alle drin, ja, könnt ihr euch einen Screenshot von machen und eure Getränke damit energetisieren, ja, wer künstlerisch begabt ist, kann es sich auf den Puls malen, ne, hier würde ich den Rechten empfehlen, weil es hier ums Handeln geht. Um die Aktivierung geht, ne, hier, um die Willensstärke und das Durchsetzungsvermögen, ja. Das machen wir morgen früh dann auch nochmal. So, ne, Screenshot, ausdrucken, Getränke draufstellen. Ja, bis dann, sauham, ach, übrigens, ne, erzähle ich euch wieder in der achten Minute, ne, hier, da geht es wieder um den Fluss der Energie, den könnt ihr durchbrechen, ne, oder cutten, mit Stagnation, etc. pp. Das sind alles die Themen, wo wir in letzter Zeit drüber gesprochen haben. Oder inaktivieren und nicht von vornherein alles schlecht reden. Ja, bis dann. Soham.